Musik 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 Okay, Sie fahren jetzt extrem vorsichtig da vorn auf den Kundenparkplatz des Supermarktes, stellen ihren Wagen ab und gehen zu Fuß weiter oder nehmen sich ein Taxi. Danke. Ich merke mir ihr Kennzeichen und sehe nachher nach, wenn wir fertig sind. Na, musst du jetzt heulen? Das ist nicht dein Ernst. Weißt du, wie spät es ist? In einer halben Stunde kann fertig in die Kanzlei eingeführt. Schau dich doch mal an, das ist lächerlich. Mhm. Weißt du, wie spät es ist? Ich verboro. Untertitelung des ZDF, 2020